Bock auf kurze Minecraft-Tipps? Heute das Thema Endstab. Wusstest du, dass man den craften kann? Dafür brauchen wir eine Chorus-Frucht, wir brauchen Kohle und eine Lohnrute. Gehen an einen Ofen und backen mal die Chorus-Frucht. Jetzt haben wir eine geplatzte Chorus-Korus-Irgendwas-Frucht. Und wenn wir jetzt an die Werkbank gehen und nehmen die geplatzte mit einer Lohnrute, dann bekommen wir vier Endstäbe. Warum auch immer vier, ich weiß nicht. Aber so einfach kann man die sogar craften. Abonnieren und liken nicht vergessen.